Ich brauch nur einmal fahren. Du brauchst nur einmal fahren. Ich glaub du bist einfach zu langsam dahin. Nö. Ich stürze eh Feuer ab. Ja. Bevor ich dahin komme. Mach mal. Na ja, so kommst du doch besser hin. Alter, kannst du jetzt mal bitte mal auf mich hören und richtig da hingegenspringen? Ach so. Nö. Nimm bitte da einfach die Feder. Nimm einfach bitte die Feder. Danke. Gut, jetzt bist du wieder da. Ah, warte mal. Wer hätte bestimmt so machen können. Da wäre bestimmt irgendwas gewesen. Warte mal. Ach, komm. Ja. Ach, ja. Totenstille gerade. Neu-Polge ist das zum Kälzen. Oh. Ja. Was mach ich da? Sag nicht Laufback. Sag nicht Laufback. Ach so dumm. Oh, meine Schalter. Warum such ich zu sein? Meine Fresse, ey. Neu-Runde, neues Glück. Schaffe ich's diesmal oder nicht? Warum nimm ich eigentlich den Pilz in Verlicht, halt? Donkey Kong 2 nicht so fertig gemacht. Mit Donkey Kong Country 2? Nein. Da machen wir so viel. Sag dir nach was. Hm? Da, 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 ich sag dir nachher was. Ja. Können wir hier nach. Ja. Ey, talentweise krieg ich nur einmal ne Rundfahrt heute. Yay. Vielleicht war ich vorher abgeschmiert, denn deswegen. Im tausendsten Mal. Oh, warum nicht diese Minecraft-Logie einfach auf diesen Block sneaken zu können? Nein. Mann. Was, da noch kein Minecraft gehabt? Warum? Ja. Ich hab' ich nicht zur Seite gedrückt, ich hab' stürzt. Why? Du musst einfach nur gegen den Block springen. Ja, ich hab' aber eben nach links wieder gedrückt. Du dachtest, der Block ist böse. Und ich, ich dachte, ich wutsche mir nicht viel zu weit. Ja, 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 ja. Hm, hm. Also langsam wird das, langsam kommen wir ein bisschen näher. Verlieren erst mal so 20, 30, leaven. 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 Oh. Ja, entweder bleibst du drauf oder rutscht einfach komplett runter. Und danach hast du die Arschkarte mit dem hier. Du musst springen, musst einfach da drauf kommen. Deswegen ist das, glaub ich, extra gemacht. Ja. Glaub ich nämlich auch. Bitte. 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 Nein. Das ist die sektische Bewegung immer, ne? Was machst du da, Zendos? Oh. Ja. Geil. Das mach ich nicht. Das machst du. Ach, warum soll ich mich eigentlich mit dieser Schildkritte ärgern? Weiß ich nicht. Was er da wiederkommt. Und sich blöd anguckt. Guck mal, wie die da immer rumwabbeln. Nein, nein, nein. Ich hab kein Schildkröten zu Hause. Ba, ba, ba. Ich darf wieder. Mario das Leben schwer machen. Oh ja. Vielleicht statt zuvor, als ich nicht drucken kann. So geil. Ja, ich komm einfach da drunter. Ich krieg ja sowieso fliegen, wenn ich den grünen habe. Ja. Ich mach mal. Ich mach mal. Auf jeden Fall. Mach mal. Bestes Timing-Centers. Äh. Mach mal. Ja, wo ist er denn? Mach mal. Oh, guck mal, er hat das eingesammelt. Juhu. Wow, ne Münze. Wie viel passiert das? Warum schaffe ich das eigentlich immer so? Keine Ahnung. Warte mal, war das jetzt... Nein, ich will einmal versuchen, ich will versuchen, dass er weggeht, oder? Ja. So ist mir lieber. Gemein. So ist mir ein bisschen firsty. Oh. Drehen. Okay, das passiert nicht. Und nicht dabei nach vorne drücken. Alter. Kannst du mal bitte. Oh, guck mal, er hat es wirklich geschafft. Was ist da drin? Pils? Pils? Gib mir bitte noch ein Leben. Also, wohl. Und noch einer wahrscheinlich dann. Jawohl. Yay. Pils, da. Ich habe so lange jetzt am Anfang, dass wir mal ein Schloss machen müssen, zum Speichern. Wieso? Das Spiel abstürzt. Einige, Castle. Kommt dann nach dem Speichelpunkt. Was denn das? Der Forrestes. Ja. Forrestos. Forrestos. Boah, das heißt doch nichts Gutes. Schokoladen. Jawohl. Jawohl, oh Knochen trocken. Knochen poppen. Ach, guck mal. Wow. Ohne Dinger willst du da eine Suppe reinlatschen. Knochen poppen. Knochen poppen. Knochen poppen. Denn. Denn. Du weißt mein Talent, ne? Ja, dass du die wegdrehen kannst, ja. Ja, das ja. Und jetzt springst du dagegen. Oh, schade. Ah. Dann hätte ich von dir aber gedacht, dass du da schön gegen springst. Was ist mit dem, der Fouch? Ernsthaft. Zu früh. Gibt's hier bestimmt nur die Kackpilze, war mir klar. In der Blockrange. Hehe. Huuuuhh. Huuuuh. Huuuuh. Gemeinde. Huuuuh. Huuuuh. Ah, wo kommt der Nächste? Bim, bim. Fährlich? Bum, bum, pop, pop, pop. Boah, das ist doch kacke mit dir, mit dem Levener. Oh, cool. Wow. Ach komm. Na Stein. Ist klar. Komm her. War doch klar, dass du klein bist. Ja, aber lieber... Bum, 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 bum. Lieber, bum, bum. Das war ein geiler. Keine Antwort da drauf. Das fand ich geil. Das hab ich so richtig angemacht. Weg. Huuuuhuuhuuhu. Hallo. Haha. Hahaha. Hahaha. Ja. Sondern da? Bist du ein Noob? Guck mal, die sind voll traurig, ey. Oh. Sind voll sad, die Dinger. Sind sad stones. Ja, wo die da ganz Zeit hängen müssen. Sind voll sand stones. Sad stones. Die müssen eigentlich ganz hängen, deswegen sind sie so traurig. Ja, hängen geblieben sind die. Ich glaub, du kannst einfach nur laufen. Lass den hochkommen und lauf einfach gegen die Wand und sofort rechts rüber. Ja, ich weiß. Sollte, glaub ich, funktionieren, ja. Ich hab fast gar nicht. Düm, 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 düm. Boah, das war klar. Ey, ich dachte erst... Ich hätte, ich hätte stehen bleiben können. Stehen bleiben oder schon weiter zurück gehen müssen. Äh. Voll sadness. Nö, wir machen nicht mal noch einmal. Ich hab's mir verdient. Nicht. Doch. Guck, der nickt. Doch. Nein. Der kann doch nicht über den Kopf schütteln. Der kann nur so machen, aber so kann der ja nicken. Ja. Komm schon. Bam, 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 bam. Angry Stone. Komm her. Ja. Ne Bratwurst bin ich. Vielleicht springt da mal rein. Also kann ich auch nochmal machen. Bin ich ne Bratwurst. Ich darf auch nochmal. Oh, zeigt mich nicht, ja. Ja, ja. Hallo, Steini. Steini, Steini. Heißen die Dinger eigentlich? Weiß ich nicht. Grumpy Stone, der andere ist Cobblestone. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Sad Stone. Grumpy Stone, Cobblestone. Grumpy Stone, hört sich für lustiger an. Matsch direkt. Einfach mal durchrennen. Fünf. 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 Muss hochspringen, musst du in einen den Nähten. Oder so. Genau, benutze die Unverwundbarkeitsschiene. Boah, das ist... Hast du das, ne? Guck mal, wenn du näher kommst, lass dir seinen Mund so winkeln. Nö. Nö, ich will noch nie. Jut, jut. Jut, jut. Damit würden wir sagen, bis zum nächsten Mal, weil Super Mario wird. Tschau, tschau. Tschau, tschau.